Musik Ich wurde erst etwas später, als die meisten Leute in die Welt der Videospiele eingeführt. Die meiste, wenn nicht die ganze Zeit meiner Kindheit, war ich von anderen Kindern isoliert und hatte so gut wie keine sozialen Kontakte. Meine Tage in der Schule fühlten sich an wie im Gefängnis und die Nacht verbrachte ich mit stumpfem Fernsehen. Mein Leben war öde und langweilig. Alles, was ich zum Reden hatte, waren meine Stofftiere und billige Plastikspielzeuge. Dann bekam ich ein Gamecube. Ich glaube, es war Weihnachten 2003. Ich war überglücklich, meine eigene Videospielekonsole zu haben. Er kam mit den Spielen Super Mario Sunshine, Pac-Man World 2 und Pokémon Channel. Jedes dieser Spiele hat noch heute einen besonderen Platz in meinem Herzen. Nachdem der Gamecube aufgebaut und bereit war, begann ich sofort zu spielen. Als erstes spielte ich Super Mario Sunshine. Dieses Spiel brachte mich zu der Mario-Serie. Nachdem ich es für Stunden gespielt hatte und endlich ein Level gefunden hatte, den ich nicht schaffte, wechselte ich zu Pac-Man World 2. Es war erstaunlich, dass ich auf Level 2 hängen blieb. Genervt, dass ich keinen Weg finden konnte. Obwohl die Antwort buchstäblich direkt vor meinen Augen lag, hörte ich auf und begann, mein allererstes Pokémon-Spiel zu spielen. Pokémon Channel. Schon als ich das Spiel einschaltete, wusste ich, dass es sich von den anderen Spielen unterscheiden würde. Ich brauchte nicht lange, um mich in das Spiel zu verlieben. Als die Zeit kam, meinem Pikachu einen Spitznamen zu geben, nannte ich ihn unwissentlich BRVR. Meine Kurzform für Brother, also Bruder. Was mich dazu brachte, ihm einen solch seltsamen Spitznamen zu geben, der überhaupt nicht nach einer Kurzform von Brother klang, habe ich nie herausgefunden. Aber trotzdem genoss ich das Spiel. Es gibt keine Möglichkeit zu beschreiben, wie sehr ich dieses Spiel liebte. Es war alles, was ich mir jemals erträumt hatte. In diesem Spiel hatte ich einen Freund, mit dem ich spielen konnte und alles fand in der Pokémon-Welt statt, die ich bereits liebte, bevor ich Pokémon Channel bekam. Ich konnte mit meinem besten Freund BRVR Fernsehen schauen, fischen, Dame spielen, mit anderen Pokémon sprechen, Gärtnern, einen Schneemann bauen, antike Ruinen erkunden, Musicals abhalten, Geschichten am Lagerfeuer erzählen und die Sterne anstarren. All die Sachen, die ich im echten Leben nie erlebt hatte, konnte ich in der virtuellen Welt nachholen. Mit BRVR, meinem besten Freund, den ich je hatte. Ich war offensichtlich süchtig nach dem Spiel. Leider hatte ich nichts anderes mit meiner Zeit anzufangen, also spielte ich die ganze Zeit das Spiel. Ohne, dass mir bewusst war, was in der echten Welt passierte, zog ich das Leben in dieser Pokémon-Fantasie mit meinem besten Freund BRVR vor. BRVR sah für mich nach viel mehr aus, als bloß ein animiertes 3D-Modell, welches von seinem Programm gesteuert wurde. Für mich war er real. Wenn ich mal traurig war, würde er ebenfalls traurig und niedergeschlagen aussehen. Wenn ich mich ärgerte, würde er meine Wut während des Spiels zeigen und ausdrücken. Und wenn ich jemanden brauchte, der mich aufmunterte, würde er sich witzig anstellen und mich anspringen und andere idiotische Sachen machen. Später, als ich älter und weiser geworden war, nahm ich an, dass all diese Dinge nie passiert waren und ich mir das alles bloß eingebildet hatte, als ich noch jünger war. Es war trotz allem spaßig, so zu tun, als wäre er echt. Als die Jahre vorbeizogen, bekam ich mehr Spiele. Ich hatte ein Gameboy erworben und mit ihm kamen viele Pokémon-Spiele, in denen ich mehr haben konnte als bloß ein einzelnes Pikachu. Meine Interessen weiteten sich ebenfalls zu anderen Serien aus, wie Mario und Sonic. Nachdem ich Pokémon Channel so oft gespielt hatte und dieselben Dinge immer und immer wieder getan hatte, wurde es ein wenig langweilig. Ich begann es weniger und weniger zu spielen und andere Spiele mehr und mehr. Aber immer noch spielte ich Pokémon Channel. Irgendwann wechselte ich die Schule und mein ganzes Leben änderte sich. Ich wurde von einer privaten katholischen Schule in eine öffentliche Schule gebracht und meine Augen öffneten sich der Realität. Ich lernte neue Dinge über das Echte, die mir halfen, es zu mögen. Leute waren nicht gemein und grausam zu mir. Sie sagten Hi, wenn ich ihnen auf dem Flur über den Weg lief. Ich fand heraus, dass man so viele andere Sachen tun konnte, als bloß Videospiele zu spielen. Ich konnte zeichnen. Es gab tausende von Liedern, die ich anhören konnte und meine Noten verbesserten sich dramatisch. Aber das Beste daran war, dass ich einen neuen Freund bekam. Einen echten Freund. Einen auf Fleisch und Blut. Sie war lustig und half mir, mich an die neue Schule zu gewöhnen. Und sie war jemand, mit dem ich neben meinen Eltern reden konnte. Wir waren gleich unreif und konnten über alles spotten, was uns einfiel. Ich hatte endlich eine beste Freundin. Während mein Körper und Geist wuchsen, vergaß ich Pokémon Channel langsam. Ich spielte nun größere und bessere Spiele. Fast alles, was ich in den Spielen tun konnte, konnte ich nun auch im echten Leben tun. BRVR wurde mit meiner echten, besten Freundin ersetzt. Er und sein Spiel waren überholt, vergessen und auf einem staubigen Regal in einer dunklen Ecke meines Zimmers. Für die nächsten Jahre hatte ich ein goldenes Leben. Jeden Tag würde ich etwas Neues lernen und ich hatte jede Menge Spaß mit meiner besten Freundin. Ich freundete mich auch mit ein paar anderen Kindern an, aber niemand konnte meine beste Freundin übertrumpfen. Immer mal wieder bekam ich ein neues Spiel oder bekam etwas Geld oder unternahm etwas mit meiner besten Freundin oder zeichnete etwas oder hörte Musik. Ich hatte mir nie etwas anderes gewünscht. Gute Dinge bleiben nie lange. Irgendwann mussten wir umziehen. Ich protestierte und bekam einen Anfall, aber es nützte nichts. Ich sagte meiner besten Freundin auf Wiedersehen. An meinem letzten Schultag versuchte ich die Tränen vom Fließen abzuhalten. In den nächsten paar Nächten im neuen Haus weinte ich mich in den Schlaf, aber irgendwann hörte es auf. Dass einer der Hauptgründe, warum ich noch am Leben hing, weg war, hatte ein Loch in meinem Herzen hinterlassen. Die Wunde heilte niemals komplett, aber der Schmerz wurde irgendwann weniger und weniger. Allerdings hatte ich immer noch Kontakt mit meiner besten Freundin. Wir beide hatten YouTube-Accounts und konnten über das Internet miteinander reden. Wir riefen uns auch gegenseitig an oder übernachteten beim jeweils anderen und sahen uns ab und zu einen Film an. Aber es tat weh, dass sie nicht mehr mit mir in derselben Schule war. Ich freundete mich mit ein paar Kindern aus meiner neuen Schule an, sogar mit mehr als an meiner alten Schule, aber keins war so lustig wie meine beste Freundin. Niemand konnte sie ersetzen. Gerade als ich dachte, dass ich mich an dieses Leben gewöhnen könnte, passierte etwas Furchtbares. Ihr zuliebe werde ich nicht sagen, was meine beste Freundin getan hat, aber sie tat etwas Schreckliches. Meine Mama ließ mich nicht mehr mit ihr sprechen und verbot mir, sie jemals wiederzusehen. Mein Herz wurde in tausend Teile geschlagen. Es fühlte sich an, als hätte ich nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Meine beste Freundin und, wie es sich anfühlt, einzige Freundin, war nun für immer fort. Ich fiel in mein altes Verhaltensschema zurück, spielte Videospiele und isolierte mich vom Rest der Welt. Ich wollte nicht mehr herausgehen. Ich weigerte mich, das Zimmer zu verlassen, außer für die Schule, Essen, das Klo benutzen und meinen Papa am Wochenende zu besuchen. Nun, da meine beste Freundin weg war und ich nichts mehr im echten Leben zu tun hatte, brauchte ich etwas, um sie zu ersetzen. Ich durchsuchte mein antikes Regal mit alten Spielen und zog Pokémon Channel hervor. Ich strich den Staub von seinem Cover. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, als ich das Spiel das letzte Mal angestarrt hatte. Ich legte die Spiele-Disc in den Gamecube, nahm den Controller und wartete darauf, meinen alten Freund, BRVR, zu begrüßen. Eine Träne lief mir über die Wange, als ich den Titelbildschirm mit Erinnerungen verbannt. Nachdem ich einen Moment in Nostalgie schwelgte, wählte ich Fortsetzen. Eifrig drückte ich auf Ja, als das Spiel sicher gehen wollte, dass der gespeicherte Spielstand so in Ordnung war. Als der Überleitungspokéball über dem Bildschirm rollte, konnte ich es kaum abwarten, BRVR wiederzusehen. Als die Überleitung vorbei war, schien es, als sei ich in meinem Zimmer. Die übliche Cutscene, wo Pikachu auf der Oberfläche des Regals am Schlafen ist und aufwachte, spielte nicht. Aber in diesem Moment hatte ich das komplett vergessen. Das Einzige, was mich interessierte, war BRVR. Als ich das Zimmer durchsuchte, war er nirgendwo zu sehen. Das Botogil, das die Waren vom Shiggy Shop Channel lieferte, war an der Tür. Ich lächelte aufgrund des wärmenden Anblicks. Ich erinnerte mich daran, dass ich fast jeden Tag etwas von einem Channel gekauft hatte, als ich jünger war. Ich dachte, dass ich etwas gekauft hatte, als ich das letzte Mal gespielt hatte und es total vergessen hatte. Neugierig darüber, was in der Lieferung war, begab ich mich eifrig zur Tür. Peter Ein tiefer, stöhnender Ton stoppte mich, bevor ich die Tür erreichen konnte. Ich drehte die Kamera und sah, wie BRVR unter dem Bett hervorkletterte. Er sah geprügelt und depressiv aus. Ich hatte noch nie gesehen, wie er unter dem Bett hervorkam, außer in der Szene am Anfang, wo er das Pokémon Mini sucht. Als er sich umdrehte und mich sah, hatte er eine schockierte Miene. Hey, Brother. Ich bin's. Flüsterte ich, obwohl ich wusste, dass er mich nicht hören konnte. Statt eines erfreulichen Gesichts und eines Jubelns hatte er einen wütenden Ausdruck. Ich war ein wenig verwirrt, warum er wütend war. Aber bevor ich mich der Sache zuwenden konnte, rief das Botogel nochmals an der Tür. Botogel! Ich verbannte die ganze Sache aus meinen Gedanken, drehte mich um und öffnete die Tür. Ich wurde getröstet, als das Botogel mir die Box aushändigte und BRVR lächelte und dem davonfliegenden Botogel winkte. Ein Paket mit Waren aus dem Shigi-Shop ist angekommen. Ich drückte schnell A, als diese Nachricht erschien. Ich fragte mich, was wohl drin war, als BRVR sich in die Box lehnte und die Items herausnahm. Du bekommst ein Pikachu-TV. Der Pikachu-TV wurde aufgestellt. Ein bedrohlicher und recht grauenhafter Pikachu-TV wurde aufgestellt und ersetzte meinen alten Voltoball-TV. Es sah aus wie der Kopf eines Pikachus, das dich anstarrte und sein Kiefer weit offen hatte. Im Mund war der TV-Bildschirm und seine Fänge hingen über den oberen und unteren Teil. Es sah aus, als wäre die Haut gerissen und an bestimmten Stellen abgetrennt, so als wäre der TV-Bildschirm zu groß für seinen Mund. Ich war ein wenig schockiert darüber, wie angsteinflüstend der Fernseher aussah. Du bekommst rote Tapete? Die Tapete wurde angebracht. Ich keuchte, als die Tapete angebracht wurde. Sie war dunkelrot wie getrocknetes Blut. Pikachus mit einem widerlichen, verdrehten Lächeln waren überall auf ihr zu sehen. Ich begann, mir Sorgen zu machen. Du bekommst Pikachu-Puppe? Die Puppe wurde aufgestellt. Ich zuckte vor Furcht zusammen, als ich sah, wie das mobile Pikachu auf meinem Regal aufgestellt wurde. Es hatte dasselbe schaurige Grinsen wie die Pikachus auf der Tapete, außer, dass es lange Fangzähne hatte. Seine Augen waren klein, rubinrot und geweitet. Die Spitze von seinem Schwanz neigte sich nach hinten wie ein Haken und es hatte scharf aussehende Klauen. Mehrere getrocknete Streifen Blut zogen sich über seinen Körper. Du bekommst Pikachu-Puppe? Die Puppe wurde aufgestellt. Du bekommst Pikachu-Puppe? Die Puppe wurde aufgestellt. Du bekommst Pikachu-Puppe? Die Puppe wurde aufgestellt. Die Sequenz passierte immer und immer wieder, bis das ganze Zimmer mit diesen verstörenden, aussehenden Pikachu-Puppen gefüllt war. Sie ersetzten alle anderen Puppen. BRVR stand auf, sah sich im Zimmer um, er nickte zufrieden und ging zum Fernseher. Ich saß in meinem Stuhl, angsterfüllt. Auch wenn es Jahre her war, dass ich das Spiel gespielt hatte, wusste ich, dass diese Items nie in dem Spiel existiert hatten. Ein bedrohlicher und kommandierender Ruf kam von Pikachu. Er stand vor dem Fernseher und funkelte mich an. Ich wusste, er wollte, dass ich dort hingehe. Ich ging zum Fernseher und schaltete ihn an. Es öffnete den Reportage-Channel, wie üblich. Aber zu meinem Entsetzen sah er aus, als würde Blut von ihm tropfen. Ich wechselte den Channel und sie sahen alle so aus. Ich öffnete mein Tagebuch, was in dem Spiel als Menü diente. Ich klickte auf den Fernsehreiter. Ich wählte den Voltoball-TV, aber sobald ich dies tat, schloss ich mein Tagebuch, ohne dass ich B drückte. BRVR starrte mich mit einem bedrohlichen Funkeln an und schüttelte missbilligend seinen Kopf. BRVR wandte sich wieder dem Fernseher zu und wechselte zum Schicksals-Channel. Dieser Channel sah normal aus, bis auf das Blut, das von dem Bildschirm tropfte. Wähle deinen Kix. Diese Worte schwebten über der Unterseite des Fernsehbildschirms. Ich wählte den oberen, wie ich es immer tat. Der Kix schwebte nach unten in die Hand des Chaneira und brach auf. Willst du dein Schicksal wirklich wissen? Diese Worte erschienen auf dem Bildschirm. Ich erstarrte vor Angst. Etwas an diesem Schicksal wirkte schaurig. Es sah aus, als würde das Chaneira auf dem Bildschirm lachen. BRVR wechselte wieder den Channel. Er wechselte zum Entspannungs-Channel. Ich wurde von mobiden Picachos, die genau wie die Puppen aussahen, begrüßt. Sie hüpften anstatt des weichen Voltilams über den Zaun. Ich drückte schnell B und ging zurück in die Mitte des Zimmers. Normalerweise würde BRVR sich umdrehen und mich antreiben, zurückzukommen, um mit ihm zu schauen. Aber dieses Mal schien es ihn nicht zu kümmern. Ich lief herüber zu dem alten Gemälde. Ein wundervoll gefärbtes Hierarchie, das von einem süßen Pikachu umgeben war, hing an der Wand. Ich seufzte vor Erleichterung. Wenigstens eine Sache war noch normal. Ich nahm mir etwas Zeit, das Gemälde anzustarren. Hauptsächlich, da ich nicht die grauenhafte Tapete oder die schrecklichen Puppen ansehen wollte. BRVR sieht sich ebenfalls das Gemälde an. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als diese Nachricht erschien. Obwohl es normal für dein Pikachu war, mit dir das Gemälde anzusehen. Ich drückte B, um ganz sicher zu gehen. BRVR stand vor dem Gemälde. Er wirkte traurig, als würde er sich an lange, verlorene Zeiten erinnern. Er drehte sich zu mir um, immer noch mit diesem traurigen Ausdruck. Er sah aus, als würde er gleich weinen. Er tat mir leid und ich wünschte, ich könnte etwas tun, um ihn aufzumuntern. BRVR ging zu mir und stellte eine Frage. Es war normal, dass ein Pikachu dir ab und zu eine Frage stellte, aber diese ließ mein Blut gefrieren. Er fragte, BRVR möchte wissen, ob du ihn immer noch liebst. Es gab eine Ja und Nein Option. BRVR hatte das noch nie gefragt. Ich wählte sofort Ja. Er lächelte und schüttelte sich dann vor Lachen. Ich war etwas verwirrt. Warum hatte er so einen Lachanfall? Als er fertig gelacht hatte, sah er mich wieder an, mit einem bösen Lächeln. Eine Nachricht erschien auf dem Bildschirm. BRVR weiß, wann du lügst. Er drehte sich zurück zum Fernseher. An diesem Punkt wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Ich wusste auf jeden Fall, dass all dies nicht passieren sollte. Ich dachte, wenn ich vielleicht mein Gamecube neu starte, würde alles normal werden. Ich stand auf und griff nach dem Reset-Knopf. Aber als ich ihn drückte, passierte nichts. Ich drückte ihn noch einmal und noch einmal. Immer noch nichts. Das Spiel kann jetzt nicht zurückgesetzt werden. Diese Nachricht erschien auf dem Bildschirm. Mein Herz stoppte für eine Sekunde. Nachdem ich dem Bildschirm eine Minute stumm angestarrt hatte, setzte ich mich wieder hin und entschied mich, weiter zu spielen. Ich kann mir genauso gut ansehen, wohin das führt, flüsterte ich zu mir selbst. Ich sah mir das Zimmer für etwa eine Minute an. Anders als die Tapete, die Puppen und der Fernseher schien der Rest noch derselbe zu sein. Ich versuchte zu lächeln, als ich mir das alte Pokémon Mini und die Poster ansah, aber ich brachte es nicht fertig. Die normalerweise so süße und fröhliche Musik schien das Zimmer noch dunkler und verstörender zu machen. Es sah aus, als hätten all diese mobiden Puppen ihre Augen auf mich gerichtet, als würden sie nach mir greifen und mich dann langsam zerreißen und mein Fleisch verschlingen. BRVR möchte nach draußen gehen, die Nachricht erschien auf dem Bildschirm. Bevor ich irgendetwas tun konnte, ging BRVR nach draußen und das Spiel zwang mich ihm zu folgen. Mir blieb die Luft im Hals stecken, als wir draußen waren. Der Himmel war blutrot und in ihm wirbelten sogar noch dunkelrotere Wolken, überall im Vorgarten waren Pokémon-Leichen verstreut. Ich konnte nicht sagen, wie viele es waren. Die meisten ihrer Gliedmaßen waren abgerissen, ihre Gesichter zerfetzt, überall Eingeweide. Mir wurde übel, als müsste ich mich übergeben. BRVR umkreiste sie und drehte sich dann zu mir mit einem bösen Grinsen. Er lief zu mir und stellte mir eine Frage. BRVR möchte wissen, ob du magst, was er aus diesem Ort gemacht hat. Ich drückte sofort auf Nein. Sein übles Grinsen vertiefte sich noch mehr. Er lief hinüber zu einer Eneko-Leiche und warf sie nach mir. Sie prallte vom Bildschirm ab und ihre abgebrochenen Körperteile flogen überall hin. Nach mehreren quälenden Minuten, in denen ich BRVR zusehen musste, wie er mit den toten Körperteilen spielte, ging er zum Garten. Als wir in den Garten traten, waren zwei Pflanzen ausgewachsen. Statt Früchten wuchsen an ihnen allerdings Pikachu-Köpfe. BRVR pflückte einen und begann, ihn langsam zu essen. Ich spürte, wie sich mein Mittagessen seinen Weg nach oben bahnte, aber ich kämpfte dagegen an. Ich versuchte, mich von diesem schaurigen Anblick abzuwenden, aber irgendwie klebten meine Augen am Bildschirm. Nachdem BRVR sich seine Zeit genommen hatte, ging er hinüber und aß einen anderen Kopf. Nachdem er fertig war, warf er mir ein verdrehtes Lächeln zu und sprang aus dem Garten heraus. Ich war gezwungen, ihm zu folgen. Wir standen nun vor den Ruinen der Wahrheit. Für einige Zeit war BRVR einfach still, als er die Ruinen ansah. Dann funkelte er mich an, ein Blick von tieferer Bedeutung. Er rannte hinein. Drinnen war es pechschwarz. Pikachu benutzte einen Donnerblitz, um die elektrischen Blumen aufzuladen, die dann die ganzen Ruinen beleuchteten. Überall auf den Wänden, der Decke und dem Boden waren viele verschiedene Worte mit Blut geschrieben. Ich bin so einsam. Töte mich! Komm zurück! Warum kann ich nicht sterben? Töte mich! BRVR ging zu der anderen Seite der Ruinen, wo die Wahr- oder Falschtafeln standen. Ich war gezwungen, sie anzuwählen. BRVR wurde von seinem besten Freund zurückgelassen, ersetzt und von einem neuen besten Freund, um allein in dieser virtuellen Welt zu verrotten. Wahr oder falsch? Ich verstand endlich, was das alles bedeutete. All die Worte an der Wand. BRVR hatte sie geschrieben. Das war alles mein Fehler. Ich hatte ihn verlassen. Mein besten Freund. Ich ließ ihn alleine sterben. Nein. Er konnte nicht einmal sterben, selbst wenn er es wollte. Er war gezwungen, seine miserabler Existenz über Jahre fortzuführen. Ich machte ihm keine Vorwürfe, dass er sich an mir rächen wollte. Ich hatte es verdient. Ich schlug mir selbst ins Gesicht. Was dachte ich da? BRVR und Pokémon Channel waren bloß ein Spiel. Ich musste ihnen nicht mein Leben widmen. Sie waren nur dazu da, um den Geist eines Kindes zu unterhalten. Sie waren nicht real. Ich nahm mir eine Minute, um über meine Meinung nachzudenken. Sie waren nicht real. Ich dachte an all die Dinge, die BRVR getan hatte, um mich zu traumatisieren und Rache zu nehmen, weil ich ihn so lange allein gelassen hatte. Zur Hölle. Das war alles viel zu real. Ich wählte Kreis für wahr. Denn es stimmte. Ich erkannte an, dass ich BRVR alleine hatte verrotten lassen, anstatt dass die Tafel zurück in den Grund sank, glühte sie grün auf, als würde sie mir zustimmen. Der Bildschirm wurde langsam schwarz, bis auf BRVR. Er stand in der Mitte des Bildschirms mit einem müden, ärgerlichen und gleichzeitig traurigen Ausdruck. Ich wusste nicht, was ich von ihm denken sollte. Ich hasste ihn und wünschte mir, dass ich ihn töten könnte. Aber er tat mir auch leid und ich wollte ihm mit ganzem Herzen helfen. BRVR denkt genauso über dich. Diese Nachricht schockierte mich gar nicht mehr. Ich hatte sie sogar erwartet. Nachdem wir uns eine Weile so einfach anstarrten, unterbrach ich es endlich. Was wirst du jetzt mit mir tun? BRVR möchte, dass du genauso leidest wie er selbst. Er warf mir ein letztes, böses Grinsen zu. Das breiteste und fürchterlichste Grinsen, das ich je gesehen hatte. Dann wurde der Bildschirm schwarz. Nach einem Moment erschien der Titelbildschirm. Die Auswahl stand auf Fortsetzen. Ich seufzte vor Erleichterung aus, dass dieses fürchterliche Wiedersehen vorbei war. Ich stand auf und sah auf meinen Schreibtisch. Auf ihm saß eine Pikachu-Puppe. Die Auswahl stand auf Fortsetzen.